Spielen mit wem? Mit den Kindern. Auf dem Bauernhof. Bauernhof? Hab ich gar keinen gesehen. Und du da auch? Man sieht ihn nur von meinem Zimmer aus. Und da gibt es Kinder? Ja, ziemlich viele. Oh, wie schön. Dann kann ich mit ihnen spielen? Ja, spricht doch nichts dagegen. Ich warte noch etwas damit. Ich will erst mal sehen, wie sie so sind. Sie sehen irgendwie ein bisschen komisch aus. Die Kinder? Ja, und auch die Bauern. Komisch, inwiefern? Verzeih. Ich bringe Gemüse. Da! Bruno, hast du schon alles ausgepackt? Wenn nicht, solltest du nach oben gehen und das zu Ende bringieren. Entschuldigung. Bruno, ich sagte ja, sie sind eigenartig. Wer? Die Bauern. Sie tragen Pyjamas. Das Junge. Ich wollte noch ein paar Mal bei Rome auf auf, Und vor Ort. Das Junge. Das Junge. Warfuter Über til am Ende. Und da. Die Bauern. outez, der weintell. Die Bauern. Und neues.